Somit bin ich wieder live, heute ist Roblox Tag, das heißt ein bisschen Roblox, ich hatte mir überlegt, dass wir heute wieder ganz kurz mit dem Pizzaspiel anfangen, genau. Ah, dann schauen wir mal, was wir da noch machen. Ach ja, falls Engel Fortuna da ist, dann machen wir ja auch, ähm, Dings. Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich kann meine Schrift nicht mal lesen. Nö, Roblox wird aufgewertet. Okay. Achso, das sieht man glaube ich gar nicht, oder? Mal schauen, ob man es dann vielleicht sieht. Mal Lugge Lugge machen gleich. Ob man das sieht? Ne. Äh, warum kann ich das jetzt nicht bitten, vielleicht? Hier. Hä? Äh. Ah. Äh, wo ist jetzt andere? Hier. Hm. Mal ich so. So. Mach rein. Stammt, so wollte ich das nicht. So, mach so. 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 Perfekt. Ja. Okay. Hm. So. Boah, nee, ist eigentlich nicht richtig geladen. Passt schon. Was machen wir? Lieferant. Ich hab mit deinem Haus. Oh. Nett. Wo ist mein... Oh, cool. Au. Was ist dieses schwarzes Ding? Ich bin sehr verwirrt. Und hey, Engel Fortuna. Willkommen. Oh nein, es regnet. Äh, das Haus ist... Ach, das ist... Was ist mein Haus? Uff. 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 Gibt Regenschirme. Ah. Ah, klar. Nett. Da soll ich in den Shop gehen. Können wir schauen. Das ist nicht der Shop. Au. Verdammt. Erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Ah. 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 Und hey, Ju. Willkommen. So. Ich hab gedacht, dass wir jetzt erstmal ganz kurz... Ja, können wir auch noch machen. Doors. Können wir auch noch machen. Erstmal gedacht, dass wir, äh, entspannt erstmal hier mit dem Pizza-Game anfangen. Und dann... Das ist auch nicht, oder? Ähm... Das Spiel von letztes Mal, das, äh, Engel Fortuna gespielt hat. Hehehe. Ja, definitiv. Ach doch, das ist der Shop. Oh, und dann können wir in Doors rein. Ah, Karkwashers mal schauen. Äh, je nachdem, was mein Hals dann sagt. Äh, natürlich nicht. Übrigens, ja, äh, passend zur Erkältung... Hier ein... Karmillen-Tee und... Sag nix zur Tasse. Hehehehe. Hehehehe. Ja, das Horror-Spiel machen wir auch. Erst zuletzt. Würde ich sagen. Also fast, äh, als vorletztes. Alles gut. So. So. Oh, es geht mir ab. Ah. Oh, mein Gott. So viel. Ja, alles ist gut, alles gut. Hier ist B. Ja, B1. Äh. Äh. Äh, B4. Äh, du hast eigentlich auch Horror. Loll. Ach, die sieht so lecker aus. Du hast gelesen, du siehst so lecker aus. Das ist mich schon gewundert. Äh. Äh. Zugegeben, noch nicht ganz richtig. Ähm. Ähm. Ja, das stimmt. Wenn man die Spiele kennt, dann ist das nicht so Horror. Äh. Jetzt Punkt, äh. Ja. Wir haben das System angemacht. Und auch ein paar Sachen schon, äh, für Dings, die man brauchen kann. Allerdings jetzt habe ich da noch nichts designt. Ich will generell eigentlich mein Design bisschen anders gestalten. Also, gelb soll es bleiben. So klar, aber ich will weg von dem E. Ich weiß nicht, ob man sieht... Nee, man sieht das Bild nicht. Schade. Ich habe hier hinten ein Bild mit einer Sonne. Oh, ich will ehrlich gesagt ein bisschen so ein Sonnendesign haben. Aber ich weiß halt noch nicht, wie genau ich das haben will. Das ist das Problem. Einzige Idee ist Donne. Mehr nicht. Das ist das Problem. Ich weiß jetzt selber nicht genau, wie ich das... Was? Warum schreibst du jetzt... Warum schreibst du jetzt das ABC rein? Du bist ein bisschen aus deiner Klasse. Okay, dann würde ich sagen... Äh, gehen wir rein zu das, was Ego Fortuna sich letztes Mal gewünscht hat. Wer ist denn das nochmal? Ähm... Für das, was wir da gespielt haben. Irgendwas mit... Sa. Mehr kann ich von meiner Schrift nicht mal lesen. Okay, können wir gleich machen. Ja. Wie ist denn das Spiel nochmal? Stat Game. Wieso ist es nicht? Äh. Sacriar Sanctuary war es, glaube ich, oder? Irgendwo das... Irgendwas das war es, glaube ich, oder? Das war das hier, oder? So, Moment. Da muss man Discord... So. Ich bin schon im Server. Okay, nee, da nicht. So. Wir gehen in den offenen Talk. Okay. Achso, warte, hab ich schon meine... Ja, der ist okay. Gut. Iiiiih... Wo bin ich denn jetzt? Sprachen-Videoshat. Ach doch, ist schon richtig okay. So. Oh, ist auch weh. Will auch. Ja, okay. Warte. Wie findet ihr übrigens meine Tasse? Ich bin eine Maschine. Wo ist es laut? Wo ist es so laut? Ich habe ihn nicht gemacht. Ich habe ihn nicht gemacht. Oh, okay. Gott. Sorry, irgendwas hat grad mega übersteuert. Aber ich weiß nicht was. Das ist das Problem. Das ist eigentlich nicht schlimm als Mikrofon, ja. Okay. So. Ähm. Oh, verdammt, jetzt sehe ich das Problem. Das stimmt, das ist das Betrugspiel, wo ich verraten wurde. Dass du die ganze Zeit am Regen bist. Oh, höre ich dich denn jetzt nicht. Ach so, da muss ich vielleicht. Ah, jetzt höre ich dich, glaube ich. Ja, jetzt höre ich dich. Ah, perfekt. So. Aber so. Ja, definitiv. Hm. Hm. Okay. Bist du bereit? Okay. Und jetzt kommt wieder Teleportation gescheitert. Hä, hä, hä. Ja, hoffentlich nicht. Ah, du bist nicht... Warum bist du nicht drin? Ja, okay, ich verlass. Ich verlass. Ja, ich hab's verlassen. Mhm. 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 So, hoffentlich jetzt dann. So. Ach nee, das ist gerade komplett voll. Hey, jetzt müssen wir kurz warten. Ah, bei mir steht noch 12 von 12 Seelen in der Warteschlange. Ah, jetzt. Oha. Das. Hm. Ja, du hast ja auch ein paar Sachen gewonnen. Ah, nee, du hast glaube ich sogar die Runde gewonnen, oder? Oh. Ja, perfekt. Oh. Wirklich? Okay. Ich dachte schon. Dann ist ja super. Das ist ja super. Okay. 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 Ich bin blau, ne, ich bin leider blau, kein gelb. Oh hi. Ah, das ist jetzt was anderes. Okay. Was? Er hat nicht immer gewonnen. Oh. Warte auf, dann ist es. Samt. Was? Das ist ja gut. Das ist ja gut. Samt. Ups. Das ist ja gut. Oh. Lol. Ich hab nicht mal das erste geschafft. Ja. Ich dachte, du wärst jetzt nicht mal da gewesen. Sonst hätten wir auf dich gewartet. Können danach nochmal ne Runde machen. Ja, wir können dann gleich noch ne Gruppe machen in der Fortuna. Mal schauen wer jetzt. Äh, gibt den Spurs. Ah, okay. Mal schauen. Okay. Mal schauen. Okay. Okay. Alles gut. Ah. Okay. Wer wird gewinnen? Gelb. Gelb. Allein schon wegen der Farbe. Oh. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Hm. Das ist ja super auch. Hä? Keine Ahnung. Wow, wirklich. Ja, das kann auch sein. So. Nicht letzter. Mal schauen, was jetzt kommt. Ja. Kristalllauch? Was ist das denn? Touch the colored pads that is announced and don't be last. Oh, nee. Ach so. Oh, verdammt. Steht da oben? Ja. Nein. Hä? Ich brauche mich in der Luft. Mal weiß schon, wer ich. Spielt der andere auch? Ja, der spielt auch mit. Josh ist auch dabei. Oh, du. Du hast gewonnen. Voll gut. Hier unten ist Wasser. Ja. 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 Aber. Ja. 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 Äh, rot. Ah, müsstest du Hühnchen machen? Ketchup und ich glaube Mayonnaise. Ach, das sind Schnecken. Was müssen die machen? Oder vielleicht wegen dem Game. Ah, das ist wegen. Ah, was müssen die machen? Ja, die machen irgendwie nix. Ja, das sind Schnecken. Warum sind das Schnecken? Äh, ich weiß ja nicht. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen dauernd wird die jetzt nix machen. Hm. Hm. bei ordnung was lol was mach naja es kann sein wie naja ok wir machen die runde noch zu Ende und dann machen wir eine neue dann kannst du auch mitmachen ah jetzt geh weg wow so Kann sein, scheinlich. Man kann die Erfolge volancieren. Nee, wir sind beide noch im Spiel. Glasblasen erscheinen in der Room, verdammt, kann ich mir das durchlesen, wird O geben der Wind, ich weiß auch nicht was ich machen muss, ah, weiß ich nicht, was hier sind Blasen? Oh nö, das ist so ein Reise nach Jerusalem Ding. Wie gut, dass die anderen beide in die eine Blase gerannt sind. Ja. Aber ich mochte es beide in die gleiche Blase. Okay. Neeein. Verdammt. Das Drohnen. Nooo. Oh, hi. Okay. Hm. Das war quasi ein Safe Win. Oh, kann sein. Oh. Oh. Oh, nein. Mal schauen. Oh. Ja, die ist hellblau. So, ob wir es jetzt dran haben. Oh nein. Und? Was ist das denn? Aber warum wende ich nicht gelb? Okay. Oh, jetzt kommt bestimmt irgendwas, was ich nicht kann. Und ich sehe nichts. Ah, okay, ja. Uff. Oh, da ist alles geschehen. Okay. Oh, spring ist Laufrau auf eine Hänge. Oh, ich kann nicht springen. Verdammt. Ich dachte, ich könnte springen wollen. Hey, wo ist er? Oh, das kann sein. Da habe ich gerade mega gewohnt. Oh, der Wummel war ja weg. Hm. Hey. Ich hoffe, wie noch alles geht los. Hey. 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 Das können wir leider nicht mehr einflussen. Rotes, grünes, oh ne. Ich glaube, ich weiß schon, was gemacht ist. Definitiv. Das ist ein guter Club. Was? Wie lange ist denn gelb? Verdammt. Oh, ich bin letztes... Letztes Mal bin ich im Halbfinal ausgeschieden. Oh, okay. Verdammt. Warum ist denn so lange gelb? Ja, das ist doof, wenn das passiert. Oh, okay. Oh, sie macht Risiko. Oh, yo. Okay. Gut, ich bleib direkt bei Gelb stehen. What? Oh, der Instant Gelb. Oh, mein Gott. Das war knapp, glaube ich. Ich habe zwar gehört, dass es Gelb geworden ist, ich bin trotzdem noch weitergelaufen. Ich habe es noch gehört, ja, dass es Gelb geworden ist. Ja, wenn Gelb geworden ist. Bei Rot weiß ich nicht. Kann sein. So. Ich glaube an dich. Aber das erste Mal, dass ich hier oben stehe. Ja. Hey. Ich glaube an dich. Glaubst du. Ich glaube an dich. Was? Warum ist das Schwein so komisch? Oh, weil es nicht richtig beim Geladen ist, deswegen. Oh. Oh. Oh, es ist halt als Schwein. Ich mag. Ja, ich. Das ist ein gutes Stenglish. Yo. Vorsicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hey, die holte ich gleich auf. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Oh, sie hat dich auch geholt. Ja, das kannst du noch holen. Ja, das kannst du noch holen. Sechs Sekunden noch. Jetzt wirst du wieder vorne. Warum mein Modus nur 60? Weiß ich nicht. Irgendwas für. Ich glaube, sie hat irgendwie 53 oder so. Yep. Finale unter Community. Definitiv. Mal schauen, was kommt. Oh, ich hatte eben noch ein bisschen, ganz bisschen Tee und da war schon voll kalt. Oh, fand ich gut geschmeckt. Welcome. Es ist Parcourszeit auch, kommt Parcours immer als letztes. Oh, es ist nicht das. Oh. Vielleicht ist es aber das gleiche als letztes. Nee, wusste nicht. Ah, nee, man durfte diesen Mist gar nicht berühren, ne? Verdammt. Auch. Oh, es ist nicht das. Das letzte Mal hast du gewonnen Glaube ich Ja, das wirst du Weil ich bin immer noch am Anfang Nein, ich war fast ruhig Ich war fast ruhig Warum unentschieden? Ah, ich habe es doch gar nicht berührt Was? Oh nein Ich war fast ruhig Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mal. Ja, das Ding ist, ich berühre die ganze Zeit das Ding, obwohl es bei mir so aussieht, ob ich sie nicht berühre. Okay. Alles gut. Oha. Glückwunsch. So, Engel-Fortune, jetzt kannst du auch mitmachen. Ah, ja, das ist auch hier in der Lobby, okay. Oh, wir müssen wieder warten. Nee, ich bin noch nicht drin. Ich sehe gerade hier an der Liste, der Engel-Fortune ist auch irgendwie nicht beim Spiel. Ah, jetzt wieder, okay. Hier. Ja. So. Achso, es ist noch voll. Du hast eben gewonnen. Du hast eben gewonnen. Ich bin noch nicht drin. Es ist schon 12 von 12. Aber wir warten zur nächsten Runde. Oh. Oh. Ah, wir sind alle drei drum. Okay. Gut. Und so. So, es geht los. actually. Nee, bei mir nicht. Okay, dann... Jetzt denke ich, wobei Angle Fortuna... Ja, ich glaube nicht. Hätte er dann gesch... Nee, ist auch drin. Warum bin ich nicht gelb? Hellblau. Hellblau. Du bist rot. Ah, hier ist... Oh, das... Oh, direkt am Anfang. Nee, diesmal sage ich nicht... Oh, das kann ich. Schon draußen. Oh, yes. Ja, langsam ist das Problem. Aber wenn es schnell ist, dann... Eigentlich ganz cool. Ich mag diese Trollmusik. Oh, nö, das hat gelaggt. Nicht fair. Er hat es wirklich. Weiß ich nicht. Oh, wie schnell das wird. Wer hat jetzt gewonnen? Oh, Fortuna. Ja, Angle Fortuna hat gewonnen. Voll gut. Willst du? Workplace. Haha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, li, oh. So. Willkommen. Oh, SUV. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no. Lila wegen Twitch Lila Weil das Ne, das ist die Twitch-Farbe Deswegen Genau Ja, wir nutzen noch Wir nutzen noch Facebook Oh, das ist krass Hm Ah Was? Ja, ich war gerade selbst so weh und was Eigel-Fortuna wollte uns weiter nicht direkt wählen Deswegen So, was kommt jetzt ab? You are so cool Mees Me You are cool Oh ne, nicht das schon wieder Und Ja, okay Ich hab die Farbe und Farbe erst nicht gesehen Das hat schon gewonnen Okay Ah, ich hab dein Da ist so ein Ist das pink? Nee, das ist nicht pink Ah Okay Ich kenn mit mir TikTok nicht aus Ich kenn mit mir TikTok nicht aus Was tut die immer? Was tut die immer? Okay Okay Ich krieg auf TikTok nur Katzen-Videos angezeigt Ich bin der Ich bin der Zuschauer Was? Keine Ahnung Auf jeden Fall Macht diese Ja, jetzt ist so zu spät Ja, jetzt ist so zu spät Sie läuft Wow Nee Da waren noch irgendwie so weiße Dinger Oh, jetzt hab ich mir den Namen nicht gemerkt Okay Okay Ja Ja, du kannst zuschauen Oh, echt? Ja, ich glaub, wenn irgendwas losging, dann Zeitpomben-Troos Ein Content erhält eines Zeitpomben-Troos Ein Content erhält eines Zeitpomben-Troos Ah, oh nein, jetzt hab ich Nee, was muss ich machen? Vielleicht so kann man wird Das neue Haarkönigreich Was? Oh, was? Warum ist das jetzt ein roter Punkt? Ah, oh nee Einfach nicht so Bomben kommen Einfach fernhalten Hm-hm Ah-ah-ah Ja. Ach, Essen holen. Ihr wollt ja doch Essen. Oh nein. Oh ne, ich hoffe, ich bekomme gleich nicht die Bombe. Ja. Wahrscheinlich. Oh Gott. Oh. Bitte. Nicht ich. Ja. Oh ne, die ist ja voll nah bei mir. Oh mein Gott. Ach ne, das ist ja noch eine. Ich glaube wir werden schon zu zweit. Ja, wir werden zu zweit schon. Wahrscheinlich doch nicht. Oh ne, warum ich die? Nein. Komm schon, bitte, 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 bitte. Nein. Das war so knapp. Bei mir habe ich sie schon berührt. Okay. Ja. Die öffnen. Danke. Ich bin immer gespannt, wer jetzt drinnen kommt. Ja. 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 Und? Ah, okay. Vanille. Was ist dunkler Gelb? Ah, das ist was. O.M.P.E. Na, wir kommen zurück. Nö. Nur zwei unwichtige Leute. Kämpfen grad. Was für ein Joghurt. Der Joghurt mit der Ecke. Ja, wie die Werbung war. Ja. Bitte nicht. Okay. Bip, bip, bip. Ah, 3 zu 4. Ja. 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 Neee. Verdammt. Ja, sowohl nicht ganz gut. Das Gute ist, ich konzentriere mich actually... Verdammt. Ich konzentriere mich eigentlich... so damit warum aus so ok verdammt warum nicht kann ja sein verdammt ja 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 verdammt ja 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 tatiana hast du gesagt ne so und während dann noch dieses komische tik tok der ding noch da ja ok wie nehm ich dann hm nehmen wir dich ich hab schon äther genommen ja 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 das ist das oh das ist das welche schwester mal schauen Nee. Ja. Naja, musst du, du musst nicht übersetzen. Ja. Hättest du auch einfach ignorieren können. Oh, perfekt. Äh, ich hab keine Ahnung, wie hier der Heist. Oh, lol. Ja, so. Interessiert. Mal schauen. Ja, wir sehen. Ja. 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 Rutschig ist das, auf ne Skylar von 1 bis 10. Okay, oh Gott. Nein. Das war knapp. Oh, okay. Oh, ich habe jetzt auch Druck. Oh, perfekt. Oh, das habe ich eben gesehen. Okay. Yes. Ciao. Hat sie geschrieben. Oh, die auch reingelt, Fortuna. Okay. Oh, bitte jetzt nichts Doofes. Ach ne, ist wahrscheinlich wieder das gleiche. Oh ne, das kann ich nicht. Welcome. Die remaining two Teilnehmer werden automatisch als Opfer ausgewählt. Oh, okay. Okay. Ich glaube, am Ende ist immer das. Hey, das habe ich doch gar nicht berührt. Das passiert natürlich für die Zeit. Okay. Oh, das kann so rein. Okay. 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 Schreiben die da noch? Warum schreiben die überhaupt noch? Die sind doch gar nicht beim Spiel. Oha, Profi. Ja, jetzt bin ich auch gar nicht berührt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben PZ mal so eine komische Steuerung. Handy meine ich, nicht PC. Vielleicht hast du dich gefragt, ob du eine Freundschaft mit den Freunden sein willst. Nein, ich wäre fast durch gewesen. Hm. 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 Das sind beide hier hoch. Oh nö. Ich wäre fast durch gewesen. Ich habe den letzten Zentimeter noch berührt. Von dem Ding. Vielleicht kann er das so nicht. Ich habe das so nicht. Ich habe das so nicht. Wenn man nach hinten diese Pfeiltasten und dann A, D. Ich weiß ja nicht. Aber wie läuft die denn nach links und rechts? Okay. Okay. Oh wait, das wollte ich jetzt auch machen so. Okay. Was mache ich jetzt? Das ist die Challenge. Ich bin sehr fabriert. Ich habe keine Ahnung, wie deine Schwester das mit den Pfeiltasten schafft. Das weiß ich nicht. Ich bin sehr fabriert. Ich, aus irgendwelchen Gründen, und das Witzige ist, wir waren beide immer noch am Anfang. Ja, GG. Äh, wie spät haben wir es eigentlich? 21 oder 11? Ui. Das. So, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Car-Quashers und dann, wenn wir noch Zeit haben, dann, wenn wir noch Zeit haben, dann noch Doors. Achso, warte, ich hole eben auf meinen Controller, wo ich den... Äh, 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 äh. Hier, rück vor meiner Nase. Okay. Äh, 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 äh. Oh, ne, mein PC findet mein Controller grad nicht. Äh, 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 äh. Ich habe ja bestimmt irgendwo eins. Oha. 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 So, Gerät wird eingerichtet. Wenn Bluetooth nicht funktioniert... Hm. 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 Okay, Roblox mit Controller. What? Was jetzt passiert? Oh. Bin... Hm. Würde ich mir Autos... Bin... Ja. Kein. Okay. Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Nein. Oh ha Pause Nee Ja, schau ich nicht mehr an Oh wow Oh nein Oh USB USB Kabel hilft Oh nee Ach so komm ich Ah so komm ich zum Händler Ah ok Feuerung unten Switch Pro Controller nutze ich Ja weil ich keinen anderen hab what steuerkreuz unten das menü ist mega kompliziert okay ich sollte auch von bese drücken aber wie fahre ich ich weiß nicht mal ich weiß nicht mal wie ich fahre ne geht nicht weiß ich nicht stimmt oh ich hab ein gelbes Auto das sehe ich jetzt erst oha au ein gelbes hier sind zwei gelbe ja da ist noch ein anderer ja wach wach ach da extrem prima ok was meinst du da kann ich nicht weinen wow kann ich hier eigentlich schon irgendwas machen ok ist aber noch der Panzer oder ist Wir haben ein schönes Auto. Was? Ja, das ist... Alter, das ist ja witzig. Ja, das ist komisch. Wie fahre ich? Ach so, so fahre ich. Ich fahre jetzt okay. Es ist so komisch. Nee, bei mir ist es Y. Ja, ich... Ich fahre hier auch mit den Schultertasten. Au. Das ist voll komisch. Das ist voll komisch. Alter. Oh, Fahrzeug freigeschaltet. So, wir können... Machen wir das. Oh, sonst... Hatte ich das nicht schon mal... Hör sich gut. Nee. Ja. Aber ich... Gerade hab ich keins. Weiß genau, was du vorhast. Kann ich springen? Wow, das bin ich nicht getroffen. Irgendwie, aber ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Ja. Ja. Warum denn echt? Ja. Ja. Was? Was ist gut? Ah. Warum haben die alle kein PvP an? Was ist das hier? Hm. Wo? Oh. Ach, das ist das. Oh. Ah. Weiß ich nicht. Ich seh' keine Polizei. Wo? Wo? Ah eh. Ah eh. Oha. 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 Was ist denn noch da? Kein Kratzer. Oha. Ja. Seh' ich schon. Was ist hier denn? schau nicht am anfang irgendwo was hab ich jetzt gemacht ja ich weiß es auch nicht lol mein auto war auf einmal weg ach weil ich b drücke deswegen okay Okay. Mach ich jetzt mit der anderen Seite aus. Oha. Das ist ja super. Was ist nochmal der Treppensturz? Ach so, das ist das. Okay. Oh. Stimmt. Ich sehe gerade auch. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ach da, neben mir. Boah. Der ist immer durchgerast, Bart. Hast du ihn gesehen? Hm. Hm. Ich sehe gerade. Ich sehe gerade erst. Was ist das denn? Ist ja langweilig Weiß nicht Gerade schaue ich mal an wann ich ein neues Auto bekomme, was geht denn das? So jetzt gleich am Anfang Geht glaube ich Weiß Weiß Hm. Hm. Hm, hm, hm. Hey. Hey. Ay, waka alas. Hm, hm, hm. Hahaha. Hm, hm, hm. Uh, ha. Oh, ha. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Das gibt's. Yep. Warum habe ich jetzt noch mit Jügel gelandet? Dein letzter? Oh Gott. Keine Ahnung. Ich bin immer noch im Controller. Oh, Patrick freigeschaltet. Achso. Oh, eee. Ist so ein Käfer. Nein. Nö, ich bin noch heiler. Ich bin noch heiler. Schade, schade, schade. Echt? Oha. Krass. Äh, ich glaube nicht. Ah, jetzt. Ja, kann sein. Ja, ich bin noch heiler. Ja, ich bin noch heiler. Ich bin noch heiler. Ja. Ich bin noch heiler. Oh, ich bin noch heiler. Wow. Hey. Am Anfang. Hier schießt die ganze Zeit irgendjemand Autos. Ach da, ich seh's. Leil. Ach da, ich seh's. Ach. Mal. Äh, okay. Oh, neues Fahrzeug. Ja, ich würde jetzt eh nicht mal so lange machen. Oh je. Okay. Ja, ich werde eh nicht mal so lange streamen. Nur noch ein paar Minuten. Ich glaube, ich mache noch die zwei Stunden voll und dann ist Feierabend. Eine Stunde 53. Ungefähr. Wenn wir es ja nicht so genau nehmen. Okay. Okay. Gut. Ja, okay. Alles gut. Ciao, ciao. Wow. Wow. Das ist mein Maus hier. Ah, hier kann man mit den Failed-Tasten komplett auch noch leer rechts und links. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Wow. Will man das? Eigentlich nicht. Waren die weg oder so? Hier kann man scheinbar mit den Failed-Tasten auch nach links und rechts lenken. Grafik hoch. Was? Achso, ich habe die Maus gar nicht mal angeschlossen. Upsi. Eee, wo? Waren finde ich Grafik Modus. Manuell. Also hier manuell. Und dann. Okay. Wir schauen, ob das Internet ist dran. Uh, Fahrzeug. Oha. Das ist die Kraftstoffweg schon. Track Modus. Hochballern. Leistungswerte. Was ist das denn? Oh, ne. Brauche ich nicht. Mikropofilter. Okay. Schon voll, ja. Kann man, ne. Kann man bitte nicht inventieren. Ja, irgendwie schon. Oh, was habe ich denn für einen Ping? Oh. 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 Hält nur das Bild. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was? Hier kann ich eh nichts machen. Upsi. Das BVP. Ja, Doors machen wir dann nächstes Mal. Also morgen schon. Wir können dann morgen direkt mit Doors anfangen. Also erstmal Speech Run und dann gehen wir direkt in Roblox rein. Dann können wir dann Doors machen. Wir machen diese Woche jetzt zweimal Roblox. Übrigens, man kann, äh, ganz vergessen, ich habe schon gesehen, dass ich jetzt bei Stream Elements die Punkte aktiviert habe. Aber man kann sich jetzt dort auch ein paar Sachen kaufen. Nämlich, zum Beispiel eine Roblox-Wache oder eine Speech Run-Woche. Das heißt, diese ganze Woche ist dann nur entweder Roblox, je nachdem was man was kauft. Aber wenn man Roblox-Woche kauft, dann gibt es nur Roblox-Woche. Speech Run-Woche kauft, dann gibt es eine Speech Run-Woche. Machen wir mal so weiter. Aber das ist ein bisschen teuer. Ich habe es auf, ich glaube, 1000 gesetzt. Welcher Tag? Morgen gibt es wieder Roblox. Ähm, müsstest du dir dann bei, mit Stream Elements mit den Punkten kaufen. Ähm. Genau. Wie viele Punkte hast du? Ich kann mal kurz nachgucken. Kostet 1000 Punkte. Äh. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Punkte du hast. Oh, warte mal, du kannst, glaube ich, selbst nachschauen. Mit Ausrufezeichen Points kannst du nachschauen, wie viele Punkte du hast. Ähm. Alle 20 Minuten bekommst du übrigens 20 Coins. Also das ist quasi 10 Minuten 10 Coins. Was kostet 1000 Punkte? Zum Beispiel eine Roblox-Woche. Warum sind eigentlich so viele da? 43, ey. Ah, du hast scheinbar 150 Punkte. Ja, ich habe die Hoffnungspunkte erstmal genannt. Wow, wovon gibst du denn? Ja. Die Hoffnung ist nicht angeschlossen, das ist super anstrengend. Äh, ich glaube, ich habe auch... Warum habe ich jetzt aber halt eingeschrieben? Ups. Äh, Moment, lass mich das am besten mal... So. Äh, wenn wir schon mal... Ne, ist ja am Roblox so. Äh, können eben kurz auf das Twitch gehen. Ja, ich glaube, ich muss die ganzen Bots noch rausnehmen. Äh, wir können eben ganz kurz auf Twitch gehen. Dann kann ich mal ganz kurz dingsen. Äh, Kanal. Ähm, nämlich... Ach, hier kann man Larichten löschen. Oh Gott, mach bitte aus. Äh, hier. Store Items. Hier, hier, hier. Ja, kann man... Okay, ich habe hier noch keine Bilder drin. Ja, muss ich mir noch irgendwie ein Design überlegen. Hier kann man die ganzen Wochen machen. Ja, okay, jetzt nicht, weil ich habe null Punkte. Bei... Normalerweise wäre ich auf Platz eins, aber dadurch, dass ich mich jetzt komplett resettet habe und mich hier quasi ausgeschlossen habe, bin ich nicht mehr hier... Ja, ich glaube, ich muss die ganzen Bots noch rausnehmen. Ich glaube, hier sind ein paar Bots dabei. Muss ich mal gucken. So. Also... Aber ja, das sind Dinge, die man kaufen kann. Also... Random Stimme, das wäre halt quasi jetzt... Irgendeine Random Stimme? Oder die... Verdammte Eingabegerät getrennt. Ja, jetzt die... Anstrengende Stimme. Ja, jetzt die... Anstrengende Stimme. Ja, das ist halt super anstrengend. Äh... Ja, und dann jetzt hier die ganzen Wochen. Die ganzen Spiele, die wir... wirklich im Stream haben. Cuphead, Hausbilder, Roblox, Beachone, Mario 64 und Repro Wager. Ja, dann würde ich was sagen. War ein schöner Stream heute. Danke an alle, die mitgemacht haben. Wir sehen uns dann morgen beim... Äh, was gibt's denn morgen? Achso. Äh... Speechone und... Wo Fortnite-Woche? Das ist bis jetzt noch nicht im Stream passiert. Also gibt's noch keine Fortnite-Woche. Also würde ich sagen, war ein schöner Stream heute. Morgen gibt's dann den Speechone-Versuch und danach Roblox. Sind's dann dort. Bis dann und tschüss, tschüss.